moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch diesen pileup glitch in der krankenstation zeigen und zwar ist es sehr sehr einfach zu machen wie ihr seht die zombies versammeln sich alle vor mir und ihr könnt ganz leicht auf headshots gehen oder mit den energie mean glitch die runden pushen so wie das ganze geht zeige ich euch jetzt und zwar müsst ihr hier vor diesen tank leute in der krankenstation gegenüber von speedcola dann geht ihr ein paar schritte hier zurück laufen nach vorne und springt ihr müsst also in der luft da hochklettern und wenn ihr das dann richtig gemacht habt versammeln sich die zombies alle unter euch hier könnt ihr auch locker easy die social distancing visiten karte machen wo ihr 20 runden keinen hit bekommen dürft und dazu würde ich euch auch den energie mean glitch empfehlen leute benutzt ganze zeit eure energie minen denn wie ihr wisst wenn ihr die energie minen auf stufe 3 habt habt ihr zwei ladungen und wenn ihr eine abgefeuert habt und die zweite explosion ein zombie tötet habt ihr wieder zwei ansonsten schießt ihr einmal mit eurer waffe ein zombie tot und ihr habt wieder zwei ladungen also leute ihr könnt wirklich die ganze zeit eure energie minen nutzen und nur schießen sobald ihr die zweite ladung braucht und somit ganz leicht die visiten karte spielen das war es dann auch schon wieder mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video und bis zum nächsten in Bis zum nächsten Mal.